Ja, oder? Danke! Was? Danke! Das stimmt! Okay, das erste Topic heißt EM-Teilnehmerinnen 2022. Also EM-Teilnehmer, die Länder, die bei der EM dabei waren. Wie viel fallen dir da ein in 30 Sekunden? 15. Wie gibt's insgesamt? 16. Oder? In 30 Sekunden, ne? Ach, in 30 Sekunden? Ja, die 15 stehen. Ey, kann ich nicht noch mal? Nee, komm, du kannst noch mal. Jetzt hab ich was gemacht. In 30 Sekunden. Okay. Okay, Kathi, dann läuft deine Zeit ab jetzt. England, Nordirland, Spanien, Deutschland, Dänemark, Österreich, Österreich, Deutschland natürlich, Schweden, Niederlande, Frankreich, Norwegen. 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 Hab ich! Hast du halt schon auch zweimal gesagt? Hab ich? Zehn war's. Zehn war's. Der erste Punkt geht an. Scheiße. Punkt. Wir machen weiter. Das ist ja noch alles drin. Wir machen weiter mit dem zweiten Oberbegriff und das sind Obstsorten. Oh krass. Pff. Diesmal darf Pauli. Ich glaub ich sagen, wie viel er ist. In 30 Sekunden. Oh, das ist echt nicht viel Zeit, ne? Sag mal 8. Ja komm, mach mal. Okay, dann laufen deine 30 Sekunden ab jetzt. Apfel, Birne, Banane, Weintraube, Mango, Papaya, Wassermelone, Honigmelone. Das Ding ist durch. Ja. Zehn Sekunden vor Ablauf. Easy. Das heißt, Kathi, du musst jetzt Ich muss halt... Du musst jetzt liefern. Und dann würde es Ausgleich stehen und wir hätten eine Schätzfrage noch für euch. Aber jetzt erst mal... Das ist ja auch noch schlimmer. Kathi, du beginnst auch. Wir suchen UEFA Women's Champions League Sieger-Teams. Vier? Gut, Champions wie vorher... Aber UEFA Cup zählt das auch, oder nicht? Das ist jetzt die Frage, weil dann... Weil, also vorher hieß ja... Nur UWCL. Hören wir da ein Gebot. Aber ich kann ja nicht groß mehr sagen, wenn es nicht mehr gab, ne? Das ist so ein bisschen das Ding jetzt hier. Das ist jetzt natürlich irgendwie... Bies. Ja, ich glaube, ja... Mir würde jetzt nicht mehr... Dann, Kathi, beginnen deine 30 Sekunden ab jetzt. FFC Frankfurt, VFA Wolfsburg, Olympique Lyon, FC Barcelona. Das hört sich gut aus. Mehr gab's nicht, oder? Ich hab hier noch... Ich hab hier noch... Was ist mit Umea IK? Mehr? Aber das war ja... Das war vorher... Das war UEFA Cup. Arsenal? Das war auch UEFA Cup. Potsdam war auch noch UEFA Cup. Und danach kam erst UWCL. MSV Duisburg noch. Das war... Das war alles UEFA Cup. Ja, das hätte ich mal besser recherchieren müssen. Aber wir haben eine Schätzfrage und es ist spannend. Oh nein! Auf den Menschen genau. Wie viele Zuschauer hatten wir beim Rückspiel Wolfsburg gegen den FC Barcelona in der Volkswagen Arena zu Gast? Weißt du's? Ja. Auf den Menschen genau? Nee, auf den Menschen genau nicht mehr. Ich hab 22.185. Oh, so viele? Ich hatte 20.125. Jetzt muss ich... Müsstens gewesen sein. Es waren laut meiner Recherche beim Kicker 20.057 Personen. Ehrlich? Ich hab grad noch mal geguckt kurz vor Dreh. Sicher? Nee, bin ich mir sicher. Das hab ich noch. Ich war echt voll der Überzeugung. Es hieß, glaub ich, aber dann kamen nicht ganz so viele wie... Ansonsten müssen wir noch mal beim Kicker an. Auch in der Stadion-Durchsage? Was angeworfen wurde? Ja, das konnte ich jetzt gerade nicht mehr... Guck das mal nach. Ich bin mir ehrlich gesagt... Nicht mehr genau sehen. Wobei, ich hab das sogar... Hast du das fotografiert? Ich glaub, das hab ich sogar gespeichert. Ja, oder? Danke! Was? Kann doch nicht sein! Halleluja! Ja gut, aber... Das stimmt! Danke! Ja, aber... Ich hab echt an mir selber gezweifelt. Weil ich war mir fest sicher, dass es 22.000... Gut angenehm! Ich bin mir sicher, dass es 20.000 waren. Ich hab's noch gelesen beim Kicker. Ja, genau. Ich hab's auch notiert. Ja, ähm... Ja! Das geht zum Sportgericht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen! Nicht mein Tag heute! Schön!